Deine Stars bei Radio Teddy Guten Tag und Hallo, mein Name ist Bauer Anton von der Musikgruppe Die Mucketierbande und das ist... Kali das Schaf. Er ist natürlich kein richtiges Schaf, sondern er spielt das Schaf, er spielt das große Instrument. Und wir machen Rockabilly Country Swing für Kinder und Erwachsene. Ihr könnt eure Eltern also mitbringen, wenn ihr zu unserem Konzert kommt. Und neben Musik finden wir Witze auch total klasse, wir mögen sehr viele Witze. Und kennt ihr meinen aktuellen Lieblingswitz? Sagt der große Stift zum kleinen Stift, Wachsmalstift. Also wenn ihr Lust habt auf gute Musik und auch Witze, dann schaut bei uns vorbei bei den nächsten Konzerten. Tschüss. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.